Herzlich willkommen zum Tutorial zur Benutzung von Comdex. Comdex ist das auf Bluetooth-Mobiltelefonen basierende Einstellverfahren, das das Hörsystemerlebnis revolutioniert und völlig freihändigen Betrieb ermöglicht. Achten Sie vor der ersten Benutzung darauf, dass Comdex über das beiliegende USB-Kabel vollständig geladen wird. Schließen Sie das beiliegende USB-Kabel zwischen dem Gerät und der USB-Stromquelle an, wie einer entsprechenden Netzdose, einem Computer oder USB-Anschluss im Auto. Verwenden Sie das beiliegende 20 cm USB-Kabel oder ein beliebiges Standard-USB-Kabel mit einem Micro-USB-Anschluss. Comdex kann während des Ladevorgangs nicht benutzt werden. Wir empfehlen hierbei, die Hälften der Nackenschlaufe nicht zu verbinden. Tragen Sie das Gerät aus Sicherheitsgründen nie, während Sie es laden. Die LED seitlich am Gerät zeigt den Ladestatus an. Rot zeigt an, dass das Gerät geladen wird. Grün zeigt das Ende des Ladevorgangs an. Comdex benutzen. Die Nackenschlaufe dient als Ein-Ausschalter. Schalten Sie Comdex durch einfaches Schließen der Nackenschlaufe ein. Zum Ausschalten trennen Sie die Nackenschlaufe. Koppeln Sie das Gerät über Bluetooth mit Ihrem Mobiltelefon. Schalten Sie das Gerät über Bluetooth mit Ihrem Mobiltelefon. Die LED blinkt rot-blau, wenn die Nackenschlaufe verbunden und Comdex nicht über Bluetooth mit einem Mobiltelefon verbunden ist. Sobald die Verbindung hergestellt ist, erlischt die LED. Sie können zwei Mobilgeräte mit Ihrem Comdex koppeln. Dies ist sehr praktisch, wenn Sie zum Beispiel ein berufliches und ein weiteres privates Telefon nutzen. Detaillierte Hinweise zur Kopplung eines Mobiltelefons finden Sie im Tutorial Verbindung mit Bluetooth. Um einen Anruf anzunehmen, drücken Sie einfach den Taster und sprechen. Sprechen Sie mit normaler Lautstärke in das Mikrofon, während Sie das Gerät tragen. Sie können Anrufe auch am verbundenen Mobiltelefon annehmen. Hierzu müssen Sie eventuell Comdex aus einer Geräteliste auswählen. Um ein Gespräch zu beenden, drücken Sie die Taste am Comdex oder beenden Sie es am verbundenen Mobiltelefon. Es ist ganz einfach. Anrufen ist ebenfalls sehr einfach. Wählen Sie einfach eine Kontaktperson aus oder wählen Sie wie gewohnt am verbundenen Mobiltelefon. Die Lautstärke kann eingestellt werden, während Sie ein Gespräch führen oder Musik hören. Benutzen Sie hierfür die Lautstärkeregelung am Mobiltelefon. Eine tolle Funktion ist die Möglichkeit, Umgebungsgeräusche auszublenden. Drücken Sie einfach den Taster HG-Micro aus, den Sie beim Tragen von Comdex rechts oben auf dem Gerät finden. Sie können Comdex auch für die Übertragung beliebiger Bluetooth-Audioquellen zu Ihren Widex-Hörsystemen benutzen. Dies stellt eine ganz erhebliche Verbesserung dar, wenn Sie Musik über ein Mobiltelefon hören. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.